herzlich willkommen zu einem neuen shop video wie es hier oben und gerade schon seht es gibt wieder neuen skin schauen gleich da rein aber ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr ein abo da das wenn euch die videos auf jeden fall gefallen meint es ist auf jeden fall diesen monat die 100 abonnenten zu erreichen wir sind gerade bei 77 das fehlen noch ein paar 23 genau zu sein allerdings ist das ganze trotzdem noch möglich nächste woche bin ich auf klassenfahrt wird trotzdem versuchen euch videos zu bringen zumindest vor allem die challenge videos ich werde hier heute heute schon alle aufnehmen damit denen für heute die challenges auch und wird dann auch noch ein paar versuchen so extra für euch zu machen deshalb gab es diese woche auch ein paar weniger videos damit ich ein paar videos dann noch rüber schieben kann und bis mehr zum aufnehmen habt sonne ja auf jeden fall schauen wir jetzt in den item shop rein und gucken was dort heute alles drin ist wir haben den neuen schneid skin und der sieht ja nicht als speziell aus dem es aufgefallen ist die ganzen zahlen haben die hier verändert die 800 sieht jetzt auch finde ich besser aus als früher oder das kind sieht in ordnung aus ich jetzt nicht mein persönlicher fall aber für einen grünen skin geht das auf jeden fall klar dann haben wir den rebell skin ja sieht auf jeden fall eigentlich ganz heiß aus hat auch einen zweiten stil und die ganzen skins wenn ich hier in dieser ansicht sind haben wir jetzt auch alle unterschiedliche position sieht auf jeden fall ganz nice aus und der rebell skin hat jetzt eben halt auch noch einmal mit helm und mit einer jacke oder mit einer anderen jacke als die und dann noch mal mit der jacke aber ohne helmen bin ich auf jeden fall nice dass dieser skin ein paar mehr stile hat die man auswählen kann gefällt mir auf jeden fall und dann gibt es auch noch den shade skin mit einem rucksack wo patronen dranhängen auch eine zweite version und eine dritte version finde ich tatsächlich die hier richtig cool das spiegelt sich auch so richtig schön Prozent ich hier drin und man sieht hier eben als sogar irgendeine Landschaft Prozent eine Brille wieder spiegeln Prozent sieht auf jeden Fall echt ganz cool aus ich mag die Skins gefallen auf jeden Fall um dazu gibt es keine Spitzhack oder so auf jeden Fall mal als nächstes die rote Ritterin äh die rote Gefahr von Anarchy Eckers ist jetzt natürlich die Frage es hat eigentlich nie etwas damit zu tun wenn im Text eines Skins steht Anarchy Eckers muss es nicht unbedingt heißen dass der zurückkommt kann natürlich darauf hindeuten wobei jetzt bisher die Leaks eher dafür aussehen dass die Sokale verändert wird ähm ja mal gucken was allerdings letztendlich passiert das genau auf jeden Fall an sich ist ziemlich nice ähm das Schild gefällt mir auch ist jetzt aber ehemalig nicht mal ein allzu seltener Skin haben sich damals viele gekauft dennoch noch die Kamesin Hacke ist ganz nice eigentlich es gibt ja auch noch die Schnee Version davon ähm die man kostenlos freischalten konnte das war die hier die eisige Hacke ja kann man sich jemand trotzdem kaufen hat jemand nochmal eine andere Farbe hätte ich mir jetzt aber nicht unbedingt als erstes gekauft haben wir noch den Blenden Charakter der Dominiere von Dusty Depot jetzt ist er auch mal wieder der Dominiere von Dusty Depot nicht mehr von äh von einem nicht äh äh ja nicht vorhandenen Ort ähm ist auf jeden Fall ganz nice der Skin gefällt mir persönlich ich finde hier sieht die komplett geschminkt aus weil sich einfach gefühlt alles da drin äh spiegelt auf der Haut sieht hier ziemlich komisch aus aber träume Füße das ist ein nice der Mode als nächstes haben wir eine neue Spitzhack und zwar roter Zacken aus dem goldenen goldenen Maske Set ich hab nur keine Ahnung welches Set das ist weil hier haben wir nur Copacrew Set das ist gar kein Set und dann hier Fortnite Set und das hier hat auch kein Set und das ist nur ein Hyper Set das passt zu gar keinem Set das mir bisher so bekannt ist sieht trotzdem extrem cool aus gefällt mir die Sound klingt auch nice kann sich auf jeden Fall kaufen haben wir die Krabbe ist ein witziges die Mode die Moves sehen witziger aus die Musik ist allerdings auch ziemlich cool gefällt mir auf jeden Fall und es kostet auch nur 500 V-Bucks ich finde das sie in der letzten Zeit ziemlich günstige Emotes rausbringen also früher hätte man für so etwas eigentlich immer als epischen Emotes eingestuft finde ich ganz cool dass sie es etwas vergünstigen dann haben wir hier den Bracer Charakter ist auf jeden Fall ein ganz nice Charakter ist eben halt auch Rono Grün ich glaube das ist die weibliche Version vom Verge Charakter sieht aber auf jeden Fall ganz cool aus dann haben wir noch geschmeidige Moves finde ich echt ganz cool den Mode und das war es soweit mit dem Battle Royale Shop schauen wir nun in den Rettige Welt Shop nochmal rein dort hat es ja auch heute der Item Shop geupdatet wahrscheinlich wird dort heute der Rocket Launcher drin sein soweit ich das aus den Leaks erkennen konnte nochmal V-Bucks auf meinen Nacken wir haben heute eine Allerlei Lama lohnt sich nicht wie viele Sachen es sei denn hier werden mythische Anführer der Überlebenden aber es kostet immer noch 1500 V-Bucks finde ich gar nicht schön teuer wenn wir mal vergleicht hier ist ein Überlebender drin klar natürlich noch ein paar Waffenhelden und so allerdings sind hier zwei Überlebende drin und das kostet eben halt nur 50 V-Bucks oder wenn man noch die Lama übrig hat kostet das gar nichts ich warte nur da eben halt bis ein mythisches mythischer Anführer der Überlebende da drin ist und dann nehme ich das eben halt hier haben wir auf der linken Seite Dornatora wieder drin hat als Boni Grundenergie Schaden also die Stromschlagböden sind auf jeden Fall ziemlich nice benutze ich auch häufig in meinen Fallen Setups gefällt mir auf jeden Fall dann habe ich hier Dornakeil als Schrotflinte ist jetzt nicht allzu gut da gibt es definitiv bessere dann haben wir hier Wandlichter sind auf jeden Fall eine nice Falle legen der Kraftkönnen sollte man sich auch immer kaufen oder kaufen wenn man es braucht hier die ganzen Kontoressourcen sollte man sich generell kaufen ähm ja aber vor allem Vorteil fix auch hier haben wir auch übrigens Wandlichter also ihr könnt sogar zweimal Wandlichter hier kaufen einmal hier und einmal da ähm ja und hier solltet ihr auf jeden Fall den Überlebenden kaufen das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lass gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Video Ciao